Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, Yuri! Hast du dich bei den Todesopfern um Ihren Mann? Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Es ist nur eine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die halt ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch, ich bin. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte, dass du morgen zu Hause wirst. Warum? Das könnte Arthur nicht hören. Mein Sohn verehrt Arthur Fiedler. Was mein Sohn getan hat, ist bosthaft. Oh mein Gott! Stell dir eine Polizei ab, dass wir was bei dir gefunden haben. Das sind meine Freunde. Habt ihr sie gesehen? Ich weiß nicht diese Leute. Kennen Sie das? Ja, Frau. Das ist das hier für ein Symbol auf dem Banner. Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein. Der hätte das ganze Geplänke nicht mitgemacht. Nein! Sie werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir.